In diesem schönen Haus soll jetzt der Energiepass bestimmt werden. Energiepass, das klingt für viele ganz technisch, ist aber ganz einfach. Ich habe das hier mal vorbereitet. Wir nehmen uns als erstes die Energieabrechnung und schauen nach wie viel Kilowattstunden wir im Jahr verbraucht haben. Dann nehmen wir unseren Grundriss, nehmen hier raus die Wohnfläche von dem ganzen Haus. Jetzt nehmen wir also die Wohnfläche, die tragen wir unten ein, das sind 70 Quadratmeter. Als Energieverbrauch haben wir 7000 Kilowattstunden im Jahr nicht verwechseln verbraucht. Sondern ist es ganz einfach, wir teilen also die 7000 Kilowattstunden durch die 70 Quadratmeter und kommen auf 100 Kilowattstunden pro Jahr. Dann heißt den Pfeil müssen wir dann hier machen bei der 100. Und zum Vergleich, 40 Kilowattstunden pro Jahr sind ganz gute Häuser und 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und der ist der Berliner Altbau. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!